Hey, willkommen zu einer neuen Serie. Heute beginnen wir mit der 1.10. Ich habe mich jetzt dazu entschlossen, eine neue Serie anzufangen. Ich werde natürlich die 1.9-Serie weiterführen, aber ich denke, das ist einfach übersichtlicher, wenn man das immer als eigene Serie hat. Ich mag das auch lieber einfach so als eigene Serie, damit man wirklich, wenn man was sucht, immer genau das Video, was man haben möchte, findet und nicht, dass man dann das erst schauen muss, ob das jetzt wirklich so geht und so. Deswegen fange ich jetzt mit der 1.10-Serie an. Die 1.9-Serie, 1.8-Serie wird wahrscheinlich auch noch weitergehen. Also schaut da auf jeden Fall auch rein. Und ja, wir fangen natürlich wie eigentlich immer mit der Installation an. Daran hat sich jetzt nicht ganz so viel geändert, aber ich zeige sie einfach trotzdem, damit einfach die Serie vollständig ist. Und ja, zuerst brauchen wir, ja, eigentlich brauchen wir drei Sachen. Nämlich zum einen, ja, eine IDE, das heißt irgendwo, wo wir drin programmieren können. Dann brauchen wir irgendeinen Compiler, der unseren Code in Maschinencode umsetzt. Und dann brauchen wir noch, ja, irgendeine API, mit der wir das für Minecraft eben machen können. Und ja, als Compiler nehmen wir natürlich Java her, weil Minecraft in Java geschrieben ist. Und dazu nehmen wir eben das JDK her. Link steht in der Beschreibung, das JDK 8. Dann nehmt ihr am besten einfach, ja, eigentlich die neueste Version hier, die 02er, acceptet die Lizenz. Und geht dann eben auf euer Betriebssystem. Ich denke, die meisten haben Windows, also Windows. Die meisten haben auch 64 Bit dann halt eben hier drauf. Und das installieren, das sollten eigentlich die meisten hinbekommen. Einfach den Installer ausführen und dann eben auf weiter, weiter, weiter klicken und so weiter. So, wenn wir das, ja, haben, dann brauchen wir noch Eclipse. Das ist die IDE, mit der wir programmieren können. Äh, man kann natürlich auch Intelligier hernehmen oder andere IDEs. Nur ich zeige das jetzt, wie man das für Eclipse aufsetzt. Für andere IDEs kann ich keine Garantie übernehmen, ob das jetzt funktioniert oder so. Deswegen nimmt am besten die einfach her. Ich werde auch in meinem Windows die mal hernehmen. So, dann gehen wir einfach hier fett auf den Download-Button, der hier, ja, relativ groß da ist. Und dann, äh, ja, suchen wir uns hier. Get Eclipse Neon, install your favorite Eclipse Packages. Gehen wir auf Download 64 Bit. Denn, äh, 64 Bit Version brauchen wir. Ähm, man kann hier, äh, auch sonst theoretisch auswählen, was man Downloaden genau möchte. Aber, die, ich denke, die meisten werden einfach für Windows das für die 64 Bit Version haben wollen. Und dann klickt ihr eben hier auf Download. Und, äh, ja, dann fängt ihr direkt an, das zu downloaden. Das ist übrigens ein Installer seit neuestem. Das ist relativ praktisch. Dann muss man das nämlich nicht immer irgendwo entpacken. So, dann brauchen wir noch den Minecraft Source Code. Den finden wir auf files.minecraftforge.net. Ähm, ja, die Links stelle ich natürlich in die Beschreibung. Ähm, am Anfang sehen wir hier direkt Download 1.10.2. Wir werden in der 1.10.2. Das machen in der 1.10. Und der 1.10.2 sollte sich so gut wie gar nichts geändert haben im Code. Ähm, wenn das nicht ausgewählt ist, müsst ihr halt hier noch draufgehen und das auswählen. Also so zum Beispiel wie hier. Aber die haben hier keine Stable-Til. Deswegen nehmen wir direkt die 1.10.2 her. Gehen dann hier auf Download Recommended. Recommended ist meistens das, äh, ja, was wir hernehmen. Man kann natürlich auch die neueste hernehmen, nur die kann natürlich einige Bugs enthalten. Die Recommended natürlich auch. Aber die ist dann schon, äh, bugfreier. Deswegen gehen wir hier auf Download MDK. Ähm, ja, kommen wir über so eine Ads-Seite. Und dann, wenn das komplett zu Ende ist, gehen wir auf Skip. Und dann laden wir uns das hier runter, Datei speichern und haben dann, ja, das hier, äh, ja, da. Dann können wir das auch theoretisch mal öffnen. So, dann haben wir das hier und dann sehen wir halt hier die ganzen Dateien, die hier drin sind. Und, äh, die kopieren wir uns jetzt alle mal, alle markieren, auf Kopieren gehen. Und dann gehen wir einfach an irgendeinen Ordner, den ich mir jetzt erstellt habe. Ich habe mir jetzt hier einen erstellt und gerne dann auf Einfügen. So, dann haben wir alle Dateien, die ganzen Textdateien kann man theoretisch rauslöschen. Ich lösche die immer ganz gerne, weil die relativ unnötig sind. Bis auf diese Build.radle. Aber sonst kann man rein theoretisch alle löschen. Weil, ja, brauchen wir nicht unbedingt. So, ähm, jetzt zuerst machen wir erstmal Shift und Rechtsklick. Und gehen dann auf Eingabeaufforderung hier öffnen. Dann gehen wir erstmal Java ein. Da sollte jetzt irgendwas kommen. Das sollte bei jedem eigentlich funktionieren. Denn, äh, Java wird natürlich benötigt. Ähm, und Java C. Wenn wir das eingeben, sollte auch was kommen. Ähm, damit prüfen wir nämlich, ob das JDK installiert ist. Denn Java C existiert nur, wenn das JDK installiert ist. Ähm, wenn das JDK übrigens installiert, dann ist auch direkt das JRI, also die Java Runtime, mit dem man dann das mit Java prüfen kann, installiert. Also, brauchst du das nur einmal installieren. Ähm, wenn das nicht installiert ist, also wenn jetzt kommt irgendwie Not Found oder so, oder Comment Not Found, wie auch immer. Wenn man sowas eingibt eben, der Befehl, irgendwas ist falsch geschrieben. Dann ist es wichtig, dann, äh, geht ihr in euren Java Pfad. Hier haben wir hier zum Beispiel den. Dann, äh, gehen wir in das JDK. Dann gehen wir in den BIN. Und, äh, kopieren uns das hier raus. Und machen hier, set path ist gleich. Das hier rein drücken und dann das hier. Und dann drücken wir Enter. Ich mach das jetzt nicht, weil bei mir funktioniert das alles schon. Und, ja. Ähm, dann solltet ihr aber C eingeben können. Und, ja. Rein theoretisch könnt ihr das auch hier übersuchen unten. Also links unten über halt die Windows-Leiste Umgebungsvariablen setzen und da die Path-Variable umändern. Aber man kann es natürlich auch über die CMD machen. So. Ähm, wie installieren wir das jetzt noch? Denn, äh, so können wir das noch nicht hernehmen. Wir machen jetzt Shift-Rechts-Klick. Gehen wir noch auf Eingabeu-Forderung öffnen. Also genau das gleiche, was wir gerade gemacht haben. Und gehen dann hier ein. Grade-Lev. Setup. Decomp. Work. Space. Eclipse. Wenn ihr Idea habt, müsst ihr halt Start-Eclipse-Idea eingeben. Und dann drücken wir Enter. Und, äh, ja. Dann sehen wir uns direkt nach einem Cut. Wenn das fertig ist. Bis gleich. So, äh, bei mir ist das jetzt fertig. Ich denke, bei euch wird das ein bisschen länger dauern, weil das noch ein bisschen was downloaden wird. Aber bei mir habe ich das schon mal installiert. Deswegen muss ich nichts mehr downloaden. Dann, äh, können wir das Fenster schließen. Und gehen dann mal in diesen Eclipse-Ordner. Kopieren diesen Pfad hier oben wieder raus. Und öffnen dann Eclipse. Äh, ja. Das, äh, können wir einfach... Ich hab das jetzt in die Task-Leiste gezogen. Sonst findet ihr das meistens auf dem Desktop oder so. Und dann öffnen wir das einfach. Äh, ja. Ich bin jetzt noch von einem anderen Plugin drin. Wir machen das jetzt hier File. Äh, Switch Workspace. Also bei euch kommt dann erstmal so ein Fenster. Nicht das direkt, sondern direkt so ein Fenster. Und dann gehen wir hier über Workspace eben das hier ein. Und drücken auf OK. Ähm, und dann, äh, ja, startet sich das mit diesem Workspace. Und, so. Damit haben wir dann auch das MDK hier drin installiert. Hier haben wir auch eine Example-Mod drin. Das ist die ganz normale Example-Mod. Okay, der Text ist etwas kleiner. Da stelle ich aber mal wann anders ein. Und, äh, jetzt können wir hier auf, äh, Run Configuration gehen. Und sehen hier auch, äh, dass die Configuration für Client und Server drin ist. Das heißt, äh, wir sollten das auch starten können. Wir können zum Ausbinden, wenn wir hier auf Run Client gehen. Okay. Sollten das vielleicht auswählen. Hier links klicken übrigens, wenn dieser Fehler kommt. Und dann auf Client. Und dann sehen wir, ja, startet sich Minecraft. Passt doch alles wunderbar. Und, äh, ja, damit haben wir das geset-up für die 1.10. Und, äh, ja, in den nächsten Videos werde ich euch natürlich dann zeigen, wie wir damit weitermachen können. Und wie wir damit eigene Mods machen können. Jo, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, haut rein und ciao. Ciao.